Und jetzt machen wir einen Ausflug ins Oberstübchen, nicht das im Kopf, sondern das dort, wo wir wollen. Der Estrich ist das Thema, heute in der Konsumsendung Espresso, ein spannender Fall. Es hat sich ein Hörer gemeldet, der gesagt hat, die Vermietung nimmt uns den Estrichen weg. Das heisst, wir haben ja da weniger Platz. Können wir dafür eine Mietzinsreduktion verlangen? Was da die Antwort ist und wie das der Fall genau aussieht, hören Sie in ein paar Minuten. Schön haben Sie eingeschaltet. Ich bin Christina Lang. Danke vielmals.